ARD Text im Auftrag von Funk Hallo! Hi! Wie geht's? Sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's perfekt. Ihr wisst gar nicht, wie arg ich mich freue, euch zu sehen. Ich verfolge euch alle schon so lange. Dieter, dich. Aber nicht Stalker-mäßig. Pedro, nein, gar nicht. Ganz normal. Ich komme auch aus Südafrika. Echt? Ja, mein Papa. Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Familie kommt aus Südafrika. Ich weiß, ich bin auch in Deutschland geboren. Ja, das ist... Schön. Es freut mich definitiv hier zu sein. Ich stelle mich erst mal vor, glaube ich. Das ist das Beste. Ich bin Julien. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Leinfeld in Echterding in der Nähe von Stuttgart. Und ich singe schon mein ganzes Leben. Und ja, Musik ist mein Traum. Musik ist mein Leben. Und ich spiele auch was. Aber was ist Besonderes? Also das ist jetzt alles, was du gesagt hast, sagt jeder Kandidat. Das stimmt, genau. Gibt's dir irgendwas Besonderes? Ich habe früher sehr viele Sportarten gemacht. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe das gemacht. Und ich habe nie gedacht, dass ich wirklich was daraus machen will. Also was aus meiner Musik. Aber jetzt denke ich einfach, dass ich daraus was machen will. Und ja. Bist du noch jung? Wie alt bist du? 17. 17. Gehst du zur Schule noch? Ja, ich gehe zur Schule ins Wirtschaftsgymnasium. Sehr schön. Okay. Was singst du? Ich habe The World's Greatest dabei von R. Kelly. Love Yourself von Justin Bieber. Und Location von Kellett. Okay. Ja, R. Kelly. Ich würde sagen mit The World's Greatest fange ich an. Dankeschön. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Endlich, endlich, Julian, ich fand es richtig geil, sehr, sehr geil gemacht, du kannst vielleicht einen Tick an Gefühlen noch drauflegen, aber für den ersten Auftritt sehr, 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 sehr gut. Dankeschön, vielen Dank. Wir hätten alle guten Grund, jemandem jetzt vielleicht so etwas zu geben, wo auch Südafrika draufsteht. Kann ich dir jetzt nicht geben, weil ich glaube, du brauchst alle Stufen, die wir hier haben und anbieten, aber von mir hast du auf jeden Fall ein Ja. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Ja, super Typ, keine Frage. Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, dass du es mehr verkaufst, weil es waren noch alle sehr klein und noch sehr bei dir und alles so irgendwie drin. Ich mag aber sehr, was ich gesehen habe und ich glaube, dass du auf jeden Fall nicht hier unten startest, sondern schon viel weiter oben, aber nicht, was die Performance angeht. Also was die Performance angeht, bist du noch da. Ja, alles gut, ja, vielen Dank. Weißt du, du hast einfach Talent, ja, der Sound deiner Stimme erst mal, du triffst die Töne, weißt du, das ist alles so. Da kann man dann ja anfangen, auch noch ein bisschen was zu schleifen oder dir kann man irgendwas zeigen, ja, obwohl du schon fast alles mitbringst. Das ist einfach Talent. Wie ein Pferd, was sowieso schon von Natur aus schnell läuft, mit dem kann man dann mal ausprobieren, ob es ein Rennpferd wird, ja. Aber hier wollen Leute mit vier gebrochenen Beinen und dem Kopf irgendwie unter der Schulter, die wollen ein Rennpferd werden. Deine Stimme klingt warm, fett, groß, du kannst ja alles, was du singst, klingt einfach gut. Du hast ja echt so verdient, deine viermal Ja. Das war echt klasse, ja. Dankeschön. Echt ein Talent, wir suchen Talente, bist genau richtig. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Alles klar, danke schön. Ciao, 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 ciao. Wahnsinnsleistung, Julian. Bis auf die goldene CD hast du alles abgeräumt, was geht. Hammer. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das hier gekriegt habe und dass ich weitermachen mache. Ich meine, ich hätte eine goldene CD kriegen können. Ich war natürlich hin und her gerissen, weil ich weiß ja, ich habe ja unterm Pult eine goldene Karte, da steht Südafrika drauf. Als er gesagt hat, er kommt aus Südafrika, habe ich gedacht, na, wenn er jetzt liegen kann, dann spendiere ich ihm ein Ticket. Aber ich habe letztes Jahr auch gemerkt, dass man manchen Kandidaten damit gar keinen Gefallen tut, wenn man sie da gleich schickt und die Stufen auslässt, die sie einfach ein bisschen wachsen lassen. Peace out. I love you guys. Let's go. Bis bald beim Recall in Sölden. Julian ist seinem Ziel, Superstar zu werden, einen Schritt näher.